Seit Einführung der ersten Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 spielten schon insgesamt 56 Vereine schon mal in der höchsten deutschen Spielklasse. Bei dieser Anzahl an Erstligisten war schon gefühlt jede deutsche Großstadt einmal vertreten. Nicht nur Großstädte, sondern auch eher kleinere Städte wie Homburg, Kaiserslautern, Neunkirchen, Siemsheim oder Unterhaching spielten schon mal in der höchsten deutschen Spielklasse. Neben diesen Dorfclubs nahmen auch mehrere verschiedene Vereine aus Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Leipzig oder auch Bochum an der Bundesliga teil. Während Berlin diese Saison gleich zwei Vereine in der Bundesliga vertreten hat, spielten manche Großstädte noch nie in der ersten Bundesliga. Im heutigen Video zeige ich euch 10 deutsche Großstädte, die noch nie in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt haben. Platz 10, Hagen. Die Stadt Hagen ist eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen und ist mit 189.000 Einwohnern die größte Stadt in Südwestfalen. Obwohl Hagen zu einer der größten Städte im Ruhrpott gehört, spielte Hagen noch nie in der ersten, zweiten, dritten oder vierten deutschen Liga. Der einzige Hagener Verein, der mal am DFB Pokal teilnahm, war die SG-Vorhalle in der Saison 1979-80, wo man jedoch schon in der ersten Runde ausschied. Der aktuell beste Hagener Fußballverein jemals war der SSV Hagen, der 2016-17 in der Landesliga Westfalen gespielt hat und heute in der Kreisliga A1 unterwegs ist. Ein weiterer bekannter Fußballverein aus Hagen ist die TSV Fichte Hagen, dessen Basketballmannschaft 1980 in der Basketball-Bundesliga gespielt hat und jetzt zweitklassig unterwegs ist. Die TSV Fichte Fußball hingegen spielt aktuell in der Kreisliga A und war noch nie ansatzweise in der Nähe der ersten Fußball-Bundesliga. Platz 9, Kassel. Die nächste Stadt auf meiner Liste, die noch nie einen Bundesligisten stellen konnte, ist die hessische Stadt Kassel mit insgesamt 201.500 Einwohnern. Diese Stadt ist die einzige Großstadt Nordhessen und ist nach Frankfurt am Main und Wiesbaden die drittgrößte Stadt im Bundesland Hessen. Der beste und bekannteste Fußballverein aus der Stadt Hessen ist der Kasseler Sportverein Hessen, auch als Hessen-Kassel bekannt. Hessen-Kassel spielt aktuell in der Regionalliga Südwest, die vierthöchste Spielklasse Deutschlands. Die Löwen spielten zwischen 1980 und 1990 acht Jahre lang als zweiten Fußball-Bundesliga, verpassten mehrfach knapp den Aufstieg in die erste Liga. Platz 8, Erfurt. Erfurt ist die erste ostdeutsche Stadt auf unserer Liste und die erste Landeshauptstadt eines Bundeslandes. Erfurt ist mit seinen rund 214.000 Einwohnern nicht nur die größte Stadt Thüringens, sondern die Landeshauptstadt des Freistaates. Der FC Rot-Weiß Erfurt ist hierbei der beste, bekannteste und erfolgreichste Fußball-Club aus der Landeshauptstadt Thüringens. RWE nahm regelmäßig in der höchsten ostdeutschen Spielklasse teil und holte sogar zweimal die DDR-Meisterschaft und spielte auch mal international. Nach der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik spielte Rot-Weiß Erfurt höchstens in der dritten Liga und ist heute sogar nur vierklassig unterwegs. Ein zweiter guter Verein aus der Stadt ist der FC Erfurt Nord, der mal in der zweiten Liga der DDR gespielt hat und unter Spielvereinigung Erfurt mal im DFB-Pokal teilgenommen hat. Heute spielt der FC Erfurt Nord in der Thüringen-Liga die sechsthöchste im deutschen System. Platz 7, Lübeck. Die Hansestadt Lübeck ist eine kreisfreie Großstadt im Norden Deutschlands und ist mit 217.000 Einwohnern die zweitgrößte in Schleswig-Holstein. Der Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919, kurz VfB Lübeck, ist der bekannteste und aktuell beste Verein aus der Hansestadt. Der VfB Lübeck spielt aktuell in der Regionalliga Nord und steht aktuell auf Platz 1. Die größten Erfolge feiert der Verein, als er 2003, 04, das DFB-Pokal-Halbfinale erreichen konnte. Der Verein spielte sonst mehrmals in der zweiten Bundesliga, zuletzt 2004. Ein weiterer Lübecker Fußballklub, der aktuell auch in der Regionalliga Nord kickt, ist der 1. FC Phoenix Lübeck, die zwar schon mal erstklassig in Deutschland gespielt haben, das aber deutlich vor der Einführung der 1. Fußball-Bundesliga. Noch ein Verein, den man noch erwähnen kann, ist der FC Dornbreite, der aktuell in der Oberliga Schleswig-Holstein spielt und der SV Polizei Lübeck, die mal ein Spiel im DFB-Pokal gewinnen konnten. Platz 6, Magdeburg. Die Stadt Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt und liegt an der Elbe. Mit insgesamt 238.697 Einwohnern ist die Stadt die zweitgrößte in Sachsen-Anhalt. Der größte und bekannteste Fußballverein ist der 1. FC Magdeburg, die seit neuesten wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen. Der Verein spielte zwar noch nie in der ersten Liga in der Bundesrepublik, dafür jedoch des öfteren in der DDR. Dort wurde man insgesamt dreimal DDR-Oberligameister und insgesamt siebenmal DDR-Pokalsieger. Auch nahm der 1. FCM regelmäßig am internationalen Wettbewerb teil und gewann mit dem Europapokal der Pokalsieger-Triumph 1974 als erster und letzter ostdeutscher Klub eine internationale Trophäe. Nach Wiedervereinigung spielt der Klub meistens in der dritten Liga, ab und zu mal in der Regionalliga und selten mal in der zweiten Bundesliga. Platz 5 Halle an der Saale Die größte Stadt Sachsen-Anhalts folgt und das ist Halle an der Saale. Halle-Saale ist eine kreisfreie Großstadt im Süden von Sachsen-Anhalt mit insgesamt 139.000 Einwohnern. Genauso wie Magdeburg spielte nie ein Klub aus Halle in der ersten Fußball-Bundesliga und allgemein hat das Land Sachsen-Anhalt nie einen deutschen Erstligisten seit der Wiedervereinigung. Der beste und bekannteste Fußballverein aus Halle ist der Hallesche FC, der aktuell in der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielt. In der Geschichte spielte Halle mehrmals in der höchsten Spielklasse der DDR und spielte auch mal international. Nach Wiedervereinigung Anfang der 1990er Jahre spielte der Hallesche FC in der Saison 1991, 1992 das erste und auch letzte Mal in der zweiten Bundesliga. Danach war der Verein regelmäßig in der vierten Liga vertreten, bis man sich irgendwann in der dritten Liga etabliert hat. Ein weiterer Fußballverein aus Halle, den man auch noch kennen könnte, ist der VfL Halle 1896, der aktuell in der Oberliga Nordost spielt, die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands und dazu ist er auch noch einer der ältesten Fußballvereine in Sachsen-Anhalt. Platz 4. Chemnitz Chemnitz von 1953 bis 1990 auch als Karl-Marx-Stadt bekannt, ist eine kreisfreie Stadt im Südwesten des Freistaates Sachsen und mit insgesamt 247.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundeslandes. Auch Chemnitz konnte noch nie Bundesliga-Fußball genießen, sondern war eher in der DDR aktiv. Der beste und erfolgreichste Fußballverein der Stadt, der Chemnitz der FC, gehörte zu den besten und erfolgreichsten Vereinen der DDR-Oberliga. Man wurde 1967 DDR-Meister und 1990 DDR-Vizemeister. Auch wurde man zweimal Gruppensieger im UEFA-Inter-Toto-Cup und man schaffte es 1989, 1990 bis ins UEFA-Pokal-Achtelfinale, scheitete dort jedoch an Juve. Nach Wiedervereinigung konnte der Chemnitzer FC insgesamt sieben Spielzeiten der zweiten Fußball-Bundesliga spielen und kam 1993 ins DFB-Pokal-Halbfinale. Ein weiterer und bekannter und relativ guter Fußballverein aus der Stadt ist der Polizeisportverein Chemnitz. Der Chemnitzer PSV gehört mit 21 Punkten zu den Top 100 DFB-Pokal-Mannschaften aller Zeiten. Auch spielte der Verein 1934 ein Spiel gegen Real Madrid, das durch ein Hattrick von Erwin Helmchen mit 5 zu 2 gewonnen wurde. Platz 3 Kiel Kommen wir jetzt endlich zur nächsten nicht-ostdeutschen Stadt Kiel. Die Stadt Kiel ist mit 247.548 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in Schleswig-Holstein. Während der THW Kiel zu den aktuell bekanntesten und stärksten Handballvereinen der Handball-Bundesliga gehört, ist der Kieler Fußball nicht so erfolgreich. Der beste und bekannteste Kieler Verein aller Zeiten ist der Chaos für Holstein, besser bekannt als Holstein Kiel. Holstein Kiel gewann zwar einmal die deutsche Fußballmeisterschaft, jedoch war das nach der Einführung der Bundesliga und ist deshalb nicht mehr Kanon. Holstein Kiel ist zwar regelmäßig in den deutschen Profiligen unterwegs, aktuell in der zweiten Bundesliga, aber für die erste hat es noch nie gereicht. 2017, 2018 und 2020, 2021 hatte man mit Platz 3 die größte Chance, aber entscheidend in der Relegation, einmal in Wolfsburg und einmal in den ersten FC Köln und konnte so nicht in die erste Bundesliga aufsteigen. Ein weiterer bekannter Fußballverein aus Kiel ist der FC Kiel-Jahr Kiel, der aktuell in der fünf höchsten deutschen Liga spielt und dessen Stadion am Kiel-Jahr-Platz einer der ältesten noch bestehenden Fußballtribünen Deutschlands besitzt. Auch noch gibt es den TSV Schilksee, die 2015-16 für eine kurze Zeit in der Regionalliga Nord gespielt haben. Platz 2, Wiesbaden Wiesbaden ist eine Stadt mit 278.342 Einwohnern und ist überraschenderweise die Landeshauptstadt des Landes Hessen. Obwohl die Stadt die zweitgrößte Hessens ist, kam aus dieser Stadt kein einziger Erstligist. Der beste und bekannteste Fußballverein, der aus dieser Stadt kommt, ist der SV Wien Wiesbaden, der aktuell in der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielt. Der Verein spielte zwar drei Spielzeiten der zweiten Bundesliga, aber war nie besser als Platz 9. Ein weiterer bekannter Verein aus Wiesbaden ist der SV Wiesbaden 1899, der aktuell in der siebten Liga spielt. Kennen tue ich den Verein eigentlich nur, weil damals ein Spieler für die Nationalmannschaft von Guam nominiert wurde. Funny Story. Sonst nahm der Verein zweimal im DFB-Pokal teil und das war's. Kommen wir zu Platz 1, aber bevor wir das tun, gibt es wichtige Erwähnungen von Städten, die auch noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Da hätten wir einmal Potsdam, die Landeshauptstadt von Brandenburg, Haam aus Nordrhein-Westfalen, Ludwigshafen am Rhein aus Rheinland-Pfalz, a.k.a. die hässlichste Stadt Deutschlands, Mülheim an der Ruhr aus Nordrhein-Westfalen, Oldenburg aus Niedersachsen, Schwerin, die Landeshauptstadt von Meckpomm, Osnabrück aus Niedersachsen und Heidelberg aus Baden-Württemberg. Platz 1, Bonn. Die größte Stadt, die noch nie Bundesliga-Fußball gespielt hat, ist die Bundesstadt Bonn mit seinen 327.258 Einwohnern. Obwohl Bonn früher immer die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war und aktuell immer noch der zweite Regierungssitz des Landes ist, spielte Bonn noch nie in der ersten Fußball-Bundesliga. Der beste und bekannteste Verein der Stadt Bonn ist der Bonner Sportklub, der aktuell nur in der Oberliga der 5. Liga Deutschlands spielt. Der Bonner SC spielte nur ein einziges Mal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse 1976-77 und stieg dort wegen eines Lizenzentzuges ab. Seitdem spielt der Klub größtenteils in der 4. oder 5. Spielklasse des Landes. Am DFB-Pokal nahm der Klub nur zwei Mal teil und kam 1977-78 sogar bis in die dritte Runde, aber scheitert dort am Borussia Mönchengladbach. Ein weiterer guter, aber etwas weniger bekannter Fußballverein aus der Stadt ist der SV Boyle 06, der zwar aktuell in der Bezirksliga spielt, der aber 1939 schon mal am DFB-Pokal teilgenommen hat, jedoch an Eintracht Frankfurt mit 0 zu 5 in der ersten Hauptrunde unterlag. Weder der Bonner SC noch der SV Boyle 06 spielten jemals in der 1. Liga. Das macht die Stadt Bonn zur größten deutschen Großstadt, die noch nie in der 1. Fußball-Bundesliga gespielt hat. Krass. Ja Leute, das war's mit dem Video. Wie ihr bereits gesehen habt, ist dies ein Remake zu einem etwas älteren Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, in welcher Spielklasse euer Heimatverein mal am höchsten ihrer Geschichte gespielt hat. Meine Heimat, die Hansestadt Wismar, hat zwar mal in der DDR erstklassig gespielt, aber in der Bundesrepublik war es die damalige viertklassige Oberliga Nordost. Wenn ihr wissen wollt, was die unnötigsten Transfers in der Fußballgeschichte waren oder was die vier größten WM-Lügen aller Zeiten sind, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keines meines Videos verpasst. Folgt mir auf Instagram. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.